Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ja, im letzten Livestream habe ich diese Lampe da oben versucht umzustellen und jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Einstellung vorher war. Auf jeden Fall ist sie jetzt ziemlich hell auf mich gerichtet. Ich weiß nicht, ob das schön ist oder nicht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ansonsten lasse ich die so, weil die ist jetzt halt genau auf mich gerichtet. Das heißt, ich sehe sogar die Kamera gar nicht richtig, weil es so blendet. Für mich ein bisschen doof, aber wenn das irgendwie von der Optik für euch schöner ist oder so, teilt es mir einfach mit, dann lasse ich das so. So, was gibt es heute für ein Video? Allgemein ist es irgendwo ein Update, allerdings mit einem Anlass entstanden, der gar nicht so schön für mich ist, aber auch nicht wirklich schlimm. Ich habe das auch im Livestream schon mal so ein bisschen gespoilert, dass in den nächsten vier Wochen sich für mich ein bisschen was verändert und nicht im positiven Sinne, wobei je nachdem, wie man es nimmt. Und da ich das wahrscheinlich auch in den Titel schreiben werde, fange ich jetzt auch direkt damit an, weil ich finde es immer total ätzend, wenn man erst so ein 20-minütiges Video angucken muss, bis man dann irgendwann mal die Antwort auf seine Frage hat, was er nun eigentlich ist. Also geht es direkt los und zwar ganz kurz und knapp. Ich muss meinen Führerschein abgeben. Und zwar für vier Wochen. Es kam auch ein bisschen überraschend. Ich habe auch eigentlich gar nichts mal so Schlimmes gemacht, aber ich hatte jetzt die Tage, habe ich hier auch irgendwo liegen, hatte ich ein Briefchen in der Post aus Bayern. Genau, und ich bin ja letztes Jahr ziemlich viel in Brandenburg und Bayern herumgefahren, über 30.000 Kilometer, um genau zu sein, weil ich ja sieben Monate beim Film gewesen bin. Und wenn man natürlich viel mehr fährt als sonst, dann liegt es auch nahe, dass man vielleicht, wenn man eh mal hin und wieder geblitzt wird, auch mal ein bisschen öfter geblitzt wird, wenn man eben so viel rumfährt. Ist ja klar, ist ja auch so ein bisschen so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich muss sagen, ich bin kein Raser oder irgendwas. Ich würde sagen, mit 18 bin ich immer sehr, sehr, sehr schnell gefahren. Da ist es dann halt Neulust. Und das war auch sicherlich alles ein bisschen gefährlich. Aber mittlerweile bin ich gar nicht mehr so. Und vor allen Dingen bin ich ja sehr viel mit dem Pferdeanhänger unterwegs. Das heißt, da sind ja eh erstens die Geschwindigkeitsbegrenzungen und zweitens will man ja auch nicht das Pferde in irgendeiner Form gefährden. Und da fahre ich auf gar keinen Fall zu schnell. Naja, auf jeden Fall war natürlich der ein oder andere Blitzer im letzten Jahr dabei. Und diese Knollen gehen jetzt ja auch immer an meinen Autosponsor, da das Auto auf ihnen läuft. Das heißt immer, wenn ich merke, dass ich irgendwie mal geblitzt worden bin, dann sage ich denen das und dann kriegen die halt irgendwann einen Brief. Und manchmal müssen die auch Angaben machen, wer jetzt da gefahren ist und so. Also, naja, das Prozedere eines Blitzers oder eines Knöllchens kennt ihr wahrscheinlich. Ich hätte halt niemals gedacht, dass das irgendwie sich so zusammengeleppert hat, dass es jetzt halt dazu kommt, dass ich vier Wochen nicht Auto fahren darf. Aber ich habe nicht ganz rausgefunden, wie oft das irgendwie passieren darf. Deswegen habe ich jetzt noch so eine Auskunft aus Flensburg angefordert. Die ist aber noch nicht da. Da muss man 20 Euro bezahlen. Dann kriegt man alle seine Einträge, die man so hat, zugeschickt. Das wird jetzt wahrscheinlich die Woche passieren, wenn ich das habe. Und euch interessiert das, kann ich das gerne mal in die Story posten. Weil ich glaube, vielen ist da draußen, inklusive mir, nicht bewusst, dass es gar nicht darum geht, dass man schlimme Verstöße begeht, um ein Fahrverbot zu kriegen, sondern dass es manchmal auch einfach die Summe sein kann. Meine Geschwindigkeitsüberschreitungen waren nie so oberhoch. Ich hatte mal 15 kmh zu schnell, ich hatte mal 8 kmh zu schnell. Ich hatte sicherlich auch mal über 20 kmh zu schnell. Das ist dann, glaube ich, so der schwerwiegendere Fehler. Dass einem der Führerschein sofort abgenommen wird, passiert, glaube ich, erst ab 30 innerorts zu schnell oder 40 außerorts. Das ist jetzt einfach nur ganz vage formuliert. Ich habe das alles nicht im Kopf. Ich weiß das nicht. Die letzte Knolle, die ich jetzt bekommen habe, waren 23 kmh zu schnell auf der Autobahn. Da war, warum auch immer, ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, was da gewesen ist, warum auch immer, war da 70 kmh. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall haben sich noch zwei Spuren geteilt. Es war aber jetzt nicht so eine richtige Baustelle, hatte ich das Gefühl. Und genau, die Spuren haben sich ein bisschen geteilt. Und in der Mitte der beiden Spuren stand unbeleuchtet ein Fahrzeug. Und ich habe noch so im Heranfahren gedacht, warum steht da ein unbeleuchertes Auto so? Von wegen, muss man dem helfen? Und dann, ping, hat es mich geblitzt. War also einfach ein Polizeifahrzeug. Ja, das war auf jeden Fall diese Blitz. Und da war ich 23 zu schnell. Das heißt, da gab es 70. Ich nehme mal an, dass ich knapp 100 gefahren bin, was ich jetzt auch nicht so schnell finde, aber okay. Und auf 93 ist es dann letztendlich stehen geblieben. Also es werden ja mal 3 kmh-Toleranz abgezogen. Also war ich eigentlich 96. Deswegen sage ich halt knapp 100. Und da war 70. Und ja, dieser letzte Verstoß hat jetzt dazu geführt, dass ich halt 4 Wochen den Führer schon abgeben muss. Da steht auch gar nichts weiter dazu. Da steht einfach nur Bußgeld inklusive 4 Wochen Fahrverbot. Dann habe ich den Brief gelesen und dachte erst mal so, wie jetzt? Und dann habe ich geguckt, wie schnell war ich denn? 23 zu schnell. Da dachte ich mir so, okay, ist ja gar nicht so krass. Dann habe ich gegoogelt. Dann stand da irgendwie außerorts, 40 zu schnell muss man sein. Da dachte ich, hä, war ich doch gar nicht. Und dann habe ich gefunden, in dem Brief steht irgendwo drin, aufgrund der wiederholten Vorkommnisse, keine Ahnung. Naja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich bin einfach im letzten Jahr zu viel geblitzt worden. Was halt daran liegt, dass ich sehr viel unterwegs gewesen bin und dass das eben dann auch schon mal schneller passiert. Ja, ist halt blöd, ist halt ärgerlich, aber es ist kein Weltuntergang. Also ich habe das Gefühl, dass mein ganzes Umfeld das viel schlimmer findet als ich selber. Also wenn ich irgendwem sage, ich muss 4 Monate meinen Lappen abgeben, dann sagen alle so, oh mein Gott, wie willst du das schaffen und mit den Pferden und oh Gott, wie willst du das machen? Und ich denke mir immer so, irgendwie wird es schon gehen. Also ich meine, es gibt ja auch Menschen, die haben zum Beispiel kein Auto oder es gibt auch Menschen, die keinen Führerschein haben, die schaffen das ja auch. Also wie werden bei mir die nächsten 4 Wochen aussehen? Ganz einfach, ich werde mir ein Monatsticket kaufen bei der KVB. Ich werde meinem Vater mein Fahrrad bringen, was hier steht. Das ist nämlich, ja, ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht, ob man das nur aufpumpen muss oder ob man da vielleicht irgendein Loch flicken muss. Auf jeden Fall ist der Reifenblatt. Das werde ich zu ihm bringen. Dann werden wir gucken, ob wir das in Gang kriegen. Weil zum Stall zum Beispiel kann ich auch mit dem Fahrrad fahren. Ist zwar nicht so um die Ecke, aber ich kann da auch mit dem Fahrrad hinfahren. Das heißt, wenn es gerade nicht den ganzen Tag schüttet, kann ich das ja einfach mal machen und das zum Anlass dazu nehmen, mich ein bisschen sportlich zu betätigen. Also das ist jetzt auch nicht so salopp dahergesagt, so von wegen, ja, ist alles super. Aber man muss aus den Situationen, die man da hingeworfen kriegt, durch irgendwelche Umstände, ich muss sagen, ich kann die Umstände halt nicht vermeiden. Klar kann man vermeiden, dass man nicht so schnell fährt. Aber ich weiß nicht, ob jeder von euch das auch so ähnlich hat wie ich. Wenn ich ganz normal fahre, ohne darüber nachzudenken und ohne zu rasen und ich gucke auf so eine Geschwindigkeitsbegrenzung, dann steht da 70, bin ich grundsätzlich schon mal auf 80. Immer. Ich weiß nicht, wenn ich mich genau an 70 halte, dann ist das für mich so, als würde ich extrem langsam fahren. Habt ihr das auch? Ich glaube, das hat fast jeder. Das heißt, ich muss jetzt einfach viel mehr darauf achten, dass ich genau das fahre, was da geschrieben ist, dass ich eben nicht auf der Autobahn einfach 100 fahre, sondern dass ich immer gucke, was ist mit den Schildern, bla bla bla. Ich weiß, das werden mir jetzt auch sehr viele schreiben. Es gibt auch Blitzer-Apps, die einen warnen, bevor man geblitzt wird und viele schwören darauf und viele haben dadurch viel Geld gespart und vielleicht ihren Führerschein behalten. Aber ich muss euch sagen, die Blitzer-Apps sind nicht legal. Soweit ich das richtig im Kopf habe, darf man diese Blitzer-Apps gar nicht haben oder man darf sie haben, man darf sie aber nicht benutzen während der Fahrt, was ja dann keinen Sinn mehr macht. Alles, was ich euch heute hier erzähle, ist das, was ich so denke. Das ist jetzt alles nicht fundiert. Ich weiß nicht, wo das steht, ob man das darf oder nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht legal ist, mit Blitzer-Apps zu fahren. Sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, dass man einfach mit den Sachen, die man so vor die Füße geschmissen kriegt, auch wenn man es selber schuld ist, dass man einfach gucken muss, was man daraus zieht. Was ziehe ich zum Beispiel jetzt daraus? Ich werde versuchen, einfach mal ein paar Strecken mit dem Fahrrad zu fahren, dadurch vielleicht ein bisschen Sport zu machen. Ich muss sagen, dass mir früher, als ich noch gar keinen Führer schon hatte, weil ich noch nicht 18 war, ganz viel mit dem Fahrrad gefahren bin. Also zur Schule bin ich zum Fahrrad gefahren. Zur Schule bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Zum Stall bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Zu einer Freundin bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe das früher ganz, ganz viel gemacht. Und klar, seitdem man ein Auto hat und alles so bequem ist und schön und wenn es dann kalt draußen ist, macht man sich die Sitzheizung an, geht das alles ganz, ganz easy. Aber vielleicht sollte man sich einfach mal daran zurückerinnern, was das für ein Luxus ist, ein Auto zu haben. Das vergessen nämlich auch viele. So, wie gesagt, ich werde mir ein Monatsticket kaufen. Ich werde mit dem Fahrrad fahren, wenn ich das dann kann. Zur Wiese ist es tatsächlich zu weit, mit dem Fahrrad zu fahren. Also ich könnte das auch, aber ich wäre sehr, sehr lange unterwegs. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Da werde ich dann versuchen, mit dem Bus zu fahren oder mit der Bahn oder mit dem Zug. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit, auf meine beiden Eltern zurückzugreifen. Also meine Mutter und mein Vater sind beide pensioniert, also in Rente. Und die können mich auch irgendwo hinfahren. Natürlich ist es ja so, dass wenn ich zur Wiese fahre, dann arbeite ich da vielleicht eine Stunde und dann will ich wieder zurück. Das macht halt keinen Sinn, dass mich da jemand hinbringt, dann zurückfährt, um dann wieder loszufahren und mich wieder abzuholen. Das heißt, derjenige müsste dann quasi da bleiben, die Stunde oder irgendwas anderes machen. Und das finde ich schon sehr skurril. Also da würde ich, glaube ich, lieber wirklich mit dem Bus fahren oder so, dass ich einfach alleine bin. Weil ich habe keine Lust, jemanden irgendwie für mich zu beanspruchen oder jemandem die Zeit zu klauen, nur weil ich irgendwo hin muss. Ich weiß, dass meine Eltern das machen würden. Das sind halt meine Eltern, die sind halt super. Aber ja, das ist was, was ich eigentlich nicht möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist, wenn mal ein Pferd irgendwie gefahren werden muss? Da ist es ja so, dass mein Seat Tarako von Jürgen Schultes nur ich fahren darf, versicherungsmäßig. Das heißt, ich könnte jetzt nicht zu meiner Mutter sagen, nimm mal bitte das Auto und wir leihen uns einen Hänger und dann jö, das geht nicht. Zumal meine Mutter eigentlich auch gar keinen Hänger fahren kann. Also sie darf. Früher war das so, man hat den Hängerführerschein direkt dazu bekommen, genau wie den LKW-Führerschein. Das war früher so. Aber aktiv fährt sie ja gar nicht mit Hänger. Und ich meine, wenn ich daneben sitze und sage dann so, jetzt passt hier mal ein bisschen auf oder so, dann geht das schon. Aber mit dem Seat ist das auf jeden Fall keine Lösung. Das heißt, ich werde eher, wenn ich irgendein Pferd irgendwo hinbringen müsste, meine Stallbesitzerin fragen. Die hat natürlich auch ein Zugfahrzeug und auch einen Anhänger, ob sie uns dann mal eben da und da hinbringen könnte. Wenn das nicht geht, habe ich eventuell auch noch mehr Leute, die das machen würden. Oder ich mache mal einen Aufruf auf Instagram. Kann mich bitte jemand mit Zugfahrzeug irgendwo hinbringen? Ja, aber ich werde, das ist auch noch eine Frage, ich werde das Fahrverbot jetzt direkt antreten. Also jetzt die Woche, wir haben heute Sonntag, spätestens am Dienstag werde ich den losschicken. Ich muss den nämlich per Post schicken. Das Ding ist nämlich, dass das ja in Bayern passiert ist, die letzte Geschwindigkeitsüberschreitung. Und eigentlich müsste ich jetzt in Bayern den irgendwo hinbringen. Da ich da nicht wohne, muss ich den per Einschreiben mit der Post da hinschicken. Und wenn die den erhalten, geht das Fahrverbot los. Vier Wochen, beziehungsweise einen Monat, kann auch sein, dass es 30 Tage sind statt 28. Und dann schicken die mir den zurück. Ich kann das Fahrverbot innerhalb von vier Monaten antreten. Also ich habe vier Monate Zeit, das zu machen. Aber jetzt im Februar ist halt bei mir noch alles sehr, sehr ruhig. Ich habe keine Messen, keine Veranstaltungen, keinen Film. Und deswegen wäre es ja dumm. Ich würde jetzt warten und dann das Fahrverbot antreten, wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfahren muss für den Film drehen. Das ist ja Schwachsinn. Also mache ich das jetzt direkt. Ich konnte das noch nicht jetzt letzte Woche machen, den Führerschein abschicken, weil ich ja noch die Wiese fertig machen musste. Da musste ich ja immer sehr viel dann dort sein. Und heute bringe ich ja auch noch selber den Dylan auf die Weide raus. Das mache ich ja auch mit Zugfahrzeug und Anhänger. Und deswegen habe ich den jetzt noch nicht am Donnerstag oder Freitag abgeschickt, sondern mache das jetzt erst Anfang der Woche. Also vielleicht schon morgen, aber ich glaube eher Dienstag, weil dann kann ich morgen noch meine letzten Sachen so erledigen. Es hat irgendwie auch was Reinigendes, sage ich jetzt mal, dass man sich auf so eine Zeit einstellt, dass man vier Wochen eben sehr eingeschränkt ist. Und ich versuche halt gerade alle Dinge, die sehr wichtig sind, so zu erledigen. Zum Beispiel möchte ich mit dem Auto nochmal in die Waschanlage und den nochmal sauber machen, damit, wenn er jetzt vier Wochen nicht benutzt wird, der da einfach sauber steht und nicht dreckig. Also das ist einfach so eine Einstellungssache. Ich habe natürlich auch das Autohaus Jürgen Schultes gefragt, ob sie das Auto vier Wochen haben möchten, um irgendwas damit zu machen, weil es wird ja jetzt bei mir dann nicht gefahren. Wollten sie aber irgendwie bis jetzt nicht. Wenn sich noch was ändern sollte, dann muss man halt mal schauen, wie man das macht. Die wissen natürlich auch über alles Bescheid. Die sind auch nicht böse auf mich. Ich muss sagen, Jürgen Schultes ist einfach so ein super toller Partner. Ich hätte mir wirklich keinen besseren Autopartner wünschen können. Und das sage ich nicht jetzt, um irgendwie irgendeine blöde, unterschwellige Werbung zu machen oder so, sondern es ist so angenehm. Egal, was ich hatte, egal, wenn ein Brief bei denen ankam oder so, es war nie jemand sauer auf mich. Keiner hat gesagt, oh, da ist jetzt aber scheiße gebaut oder so. Jetzt, wo ich gesagt habe, dass ich halt vier Wochen den Führerschein abgeben muss, hat es ihnen total leid getan für mich und so. Und die sind einfach so toll. Also ich bin so glücklich, dass ich diese Kooperation habe. Der absolute Wahnsinn. Wahnsinn. So, zum Thema Kooperationen, da können wir ja direkt einmal bleiben. Es stehen in der nächsten Zeit ein paar neue Kooperationen an. Ich werde natürlich im Detail sagen, wer oder was es ist und für was, wenn es dann soweit ist. Aber grob kann ich schon mal sagen, dass im Moment die Verhandlungen über eine Anhängerkooperation laufen. Das heißt, wenn da alles gut über die Bühne geht, dann werde ich einen Pferdeanhänger gestellt bekommen. Das ist auch okay, wenn das noch einen Monat dauert, weil ich kann den jetzt nämlich auch einen Monat nicht fahren. Da werde ich euch aber dann auch genaueres zu berichten, wenn das dann wirklich zustande gekommen ist, wenn der Vertrag unterschrieben ist oder wenn der Anhänger da ist natürlich. Sollte sich was ändern, dann werdet ihr es natürlich auch mitbekommen. Also wenn das jetzt dann doch nichts werden sollte oder so. Ja, eine weitere Kooperation geht um meinen neuen Sattel. Ich hatte ja in drei Beiträgen auf Instagram mit euch diskutiert und mir Vorschläge gesammelt, wen ihr empfehlen könnt als Sattler. Ich wollte ja einen Maßsattel für Solido haben. Das sieht auch ganz gut aus. Da wird vermutlich jemand kommen. Das dauert allerdings noch, bis der Solido vermessen werden kann, weil diese Satteltouren, die da gemacht werden, immer in regelmäßigen Abständen stattfinden und natürlich erst mal die ganzen anderen Kunden auch versorgt werden mussten. Wenn derjenige da ist und da es sich um eine Kooperation handelt, werde ich auch dafür Werbung machen. Ich habe ja gesagt, dass wenn ich mir den Sattel ganz normal selber kaufe, ich das nicht mitbegleiten werde irgendwie, beziehungsweise da keine große Werbung für machen werde. Das liegt einfach daran, dass es mittlerweile mein Hauptberuf ist, Werbung zu machen und ich dann natürlich nicht, wenn ich Produkte selbst gekauft habe, da großartig dann umsonst noch Werbung hinterher ballern kann. Ich hoffe, das versteht ihr alle. Ja, sobald das mit dem Sattel vorangeht oder wenn der Sattler dann da war, der Sattelbauer, dann werdet ihr das auch hören. Da bin ich auf jeden Fall auch ganz happy drüber. Bis dahin werden Solido und ich, ich darf den ja schon wieder reiten. Ich saß noch nicht drauf, ich habe es noch ein bisschen gezogen, aber ich darf den ja schon wieder reiten. Für alle, die es nicht wissen, der Solido wurde im Rücken behandelt. Der hat so ein paar Spritzen bekommen, der hatte ein paar Probleme im Rücken. Dann habe ich eine Woche lang nichts gemacht, eine Woche lang longiert, beziehungsweise die Longenwoche geht jetzt bei mir schon viel länger. Wir machen viel so Aufbautraining. Genau, und wenn ich ihn wieder dann reite, dann werde ich erstmal mit einem Reitpad reiten. Und das, da gibt es auch eine Kooperation drüber. Das wird auch jetzt irgendwann, hoffe ich, nächste Woche oder so kommen. Werde ich euch dann natürlich auch zeigen. So, jetzt erstmal die pferdigen Sachen, die pferdigen Kooperationen, also Pferdeanhängersattel, Reitpad, habe ich jetzt einmal erwähnt. Und es wird aber auch noch weitere Kooperationen geben, die nichts mit Pferden zu tun haben. Und ich weiß, dass viele von euch da draußen das nicht gerne sehen, beziehungsweise immer sagen, das interessiert sie nicht. Nichtsdestotrotz muss ich halt ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwo gucken muss, wie ich mein Geld auch verdiene. Es ist mit Pferdefirmen, finde ich, nicht so einfach zu kooperieren. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ich habe ja auch meinen langjährigen, sehr, sehr, sehr tollen Partner, Rider Steel. Mit denen bin ich sehr zufrieden. Es sind aber nicht alle Firmen so. Die meisten sind sehr, sehr schwierig, was Bezahlungen betrifft. Das muss man einfach mal so sagen. Die sind halt immer der Meinung, dass sie einem Produkte geben. Und die Produkte braucht man ja auch für die Pferde. Und dann wollen sie dafür halt nichts darüber hinaus zahlen. Das Problem ist einfach, dass wenn das ein Job geworden ist, man irgendwo damit auch sein Geld verdienen muss. Und mit irgendeiner Reithose oder so kann ich halt meinen Vermieter nicht bezahlen. Das ist einfach so. Das heißt, die Kooperationen, die laufen, die müssen einfach über das Produkt hinausgehen. Das muss dann gezahlt werden. Und viele Firmen, die mit Pferden oder nur Reitsport zu tun haben, die sind da sehr, sehr schwierig. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass die Firmen, die nichts mit Pferden zu tun haben, da sehr viel einfacher sind und sehr viel mehr auch wissen, was die Werbeleistung wert ist. Das bedeutet, dass sich die Kooperationen, die sich außerhalb des Pferdebereiches befinden, oftmals tatsächlich mehr lohnen. Also geldmäßig. Das muss man einfach mal sagen. Das ist ja einfach ehrlich. Und wenn man eben durch Kooperationen, die vielleicht nichts mit Pferden zu tun hat, das Geld aber zusammenkriegen kann, um euch den Content mit den Pferden weiterhin auch immer so zu geben, wie ich das mache, dann finde ich das legitim. Und wenn jemanden halt die Werbung zum Beispiel in meinen Storys stört oder so, momentan zum Beispiel ist ja das, was ihr wahrscheinlich oft seht, hier die Natural Mojo-Sachen, das mache ich so alle zwei Wochen. Da muss ich auch euch ehrlich sagen, dass die Firma das gerne öfter gehabt hätte, dass ich das mache. Und ich halt gesagt habe, ich finde, zwei Wochen sind okay. Das heißt, ich hätte damit noch mehr Geld verdienen können, mache ich aber nicht, weil ich nicht finde, dass man einen damit total überfluten sollte. Wenn jetzt noch weitere Kooperationen dazukommen, die halt nichts mit Pferden zu tun haben, wird es natürlich mehr mit der Werbung, das ist klar. Und ihr werdet das Gefühl haben, dass ihr mehr Werbung seht, weil wenn ich zum Beispiel das auch im Zwei-Wochen-Rhythmus mache und das dann abwechsel, dann seht ihr natürlich jede Woche Werbung, die nichts mit Pferden zu tun hat. Und darauf möchte ich euch einfach mal briefen. Das ist die Art, wie ich mein Geld verdiene, um zum Beispiel diese Pferde zu unterhalten und euch zeigen zu können. Jetzt kann man auch wieder sagen, ja, aber du brauchst auch die ganzen Pferde gar nicht, du könntest auch nur zwei haben. Das stimmt, aber solange ich eben die Möglichkeit habe, das so zu machen, kann ich das ja machen. Das ist so meine Meinung und ja, irgendwie muss der Laden halt auch am Laufen gehalten werden. Das bedeutet, es wird diesen Monat auf jeden Fall auch noch andere Kooperationen zu sehen geben, außer Natural Mojo. Es wird auch wieder was, ich sage jetzt mal Lifestyle-mäßiges sein, nennt man das dann Lifestyle oder Pflegeprodukte. Ja, egal, ihr werdet es ja sehen. Ihr werdet die Produkte auch schon kennen, weil ganz viele andere machen da auch Werbung für. Das ist auch was, was vielen vielleicht so ein bisschen aufschützt, dass sie sagen, ja, das haben wir aber alle schon 120.000 Mal gesehen. Da kann ich aber dann in dem Fall nichts für. Also ich kann ja nicht sagen, nur weil Person XY das schon bewirbt, mache ich das jetzt nicht mehr und dann in Anführungsstrichen bleibt für mich nichts übrig. Also ich meine, es gibt 100.000 Produkte, da müssen wir uns mal nicht, da müssen wir nicht drüber reden. Aber es gibt schon Firmen, die eben sehr gezielt auf Influencer-Marketing gehen und ich muss auch sagen, ich finde diese Firmen sehr schlau, weil das Influencer-Marketing einfach auch gut funktioniert. Es ist einfach so. Ich kriege ja manchmal eben auch Feedbacks von meinen Kunden, ob das gut gelaufen ist oder nicht und es scheint halt einfach auch gut anzukommen. Und ja, Firmen, die natürlich sehr gerne mit Influencern zusammenarbeiten, da ist es natürlich klar, dass wenn ihr mehreren von uns folgt, dass ihr das dann auch schon mal gesehen habt oder dass ihr das auch öfter seht oder dass ihr das gleiche Produkt in der Woche dreimal gesehen habt. Das ist halt leider einfach so. Nur da muss man sagen, wenn ihr zum Beispiel Fernsehen guckt, was ja die meisten schon heutzutage gar nicht mehr machen und ihr seht halt Werbung zwischen den Sendungen oder innerhalb der Sendungen, dann wenn ihr umschaltet, seht ihr vielleicht auch die gleiche Werbung. Wisst ihr, wie ich meine? Also ihr könnt ja mich hier auch ein bisschen verstehen wie ein Programm, ein Sender und wenn ihr jetzt bei einem anderen guckt, dann ist es halt ein anderer Sender, aber ihr seht die gleiche Werbung. Zum Beispiel. Nur was hier der Unterschied ist, hier erzählt es euch ein anderes Gesicht. So, darauf wollte ich euch einfach mal sensibilisieren. Und genau, also eine Sache wird es auf jeden Fall diesen Monat neu geben an nicht-pferdigen Produkten. Dafür kommen aber eben auch bald dann Sachen wie zum Beispiel der Anhänger oder der Sattel oder so und das sind dann ja auch Dinge, die euch sicherlich brennend interessieren, was ich darüber sagen kann. Und genau, jetzt habe ich euch einfach mal gebrieft. Wie lange habe ich jetzt schon geredet? Ziemlich lange auf jeden Fall. Ich muss jetzt zum Stall los und dann kommt als allererstes jemand für meinen alten Pferdeanhänger, den verkaufe ich ja gerade. und danach werde ich den Dylan auf die Weide bringen. Ich bin gestern mit der Weide fertig geworden. Ich habe jetzt über eine Woche daran gearbeitet an der Weide und habe da alles ausgebessert. Deswegen hoffe ich, dass heute alles gut über die Bühne geht. Heute kann ich ja auch noch selber fahren. Und sobald ich meinen Führerschein dann in den Briefkasten geschmissen habe, beziehungsweise ich bringe ihn ja zur Post wegen Einschreiben, werde ich euch das auch sagen, dass dann die Frist beginnt. Und ich werde euch natürlich auch in den Storys meine Erfahrungen mitteilen. Das ist natürlich auch ein Grund, warum ich das auch einfach publik mache, weil es werden sich wohl die Leute wundern, wenn ich in meinen Storys auf einmal mit dem Fahrrad fahre. Also okay, auf dem Fahrrad darf man das Handy natürlich nicht benutzen, ja, ja. Aber wenn ich dann noch stehe und zum Beispiel jetzt sage, so, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach Hause, dann wird wohl der ein oder andere denken, okay, was hat sie geritten? Ist sie jetzt der Fitnessmensch? Genau, aber da ich ja momentan sowieso dabei bin abzunehmen, das läuft übrigens auch ziemlich gut, da werde ich euch sicherlich auch nochmal was zu erzählen, ist es vielleicht auch förderlich, wenn ich immer ein bisschen Fahrrad fahre. So, jetzt habe ich glaube ich alles erzählt, es war auch schon ziemlich lang, ich hoffe es war trotzdem interessant und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Vielleicht musstet ihr ja auch schon mal einen Führerschein abgeben, vielleicht könnt ihr mir erzählen, wie es für euch war, warum das passiert ist und vielleicht können wir einfach auch allen Leuten gemeinsam Mut machen, die einen Brief bekommen, wo drin steht, dass sie ihren Führer schon abgeben müssen, dass sie nicht direkt am Boden zerstört sind, sondern eben vielleicht einfach positiv mit der Situation umgehen und gucken, was sie persönlich an Vorteilen dadurch haben, dass sie das machen müssen. So, schönes Wort zum Sonntag. Ich fahre jetzt in den Stall und hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss!